Das Telefon klingelt, es geht keiner ran. Ich bin zuhause, aber... And I'm back at it. Hier ist Queen Bee. Ich brauche jetzt einen Tisch. Habt ihr heute schon Champagner getrunken? Nein! Wir haben heute noch keinen Champagner getrunken und es wird aber langsam Zeit. Champagner o'clock. Welcher Deutschrapper ist am häufigsten in eurer Playlist? Oh, bei mir gar keiner. Doch, Semino Lux ist dabei. Okay, Malou is almost here. She's gonna perform just a moment with us tomorrow. I'm just gonna give it away. We're gonna rehearse now and then tomorrow she's gonna be on stage with us. And I think that's gonna be really cute. I think it's sick of us. It's time to make our move. I'm shakin' off the rug. Vielen Dank.